Urteil im Toiletten-Sex-Prozess Sere Knappig und Sere Kern werden in diesem Leben wohl keine besten Freundinnen mehr. Schon im Container bei Promibich Brot her waren sich beide nicht grün und danach ging der Streit weiter. Kern behauptete, Knappig habe auf der Toilette Sex mit Mr. Germany Dominik Bruntner gehabt. Diese zog vor Gericht und kann sich jetzt über einen Sieg freuen. Vor Gericht ging es in erster Linie um folgende Äußerung von Sere Kern. Dominik hat uns im Haus erzählt, dass er mit Sere sehr viel Spaß auf dem Klo hatte. Dominik meinte, es sei wesentlich mehr als nur Knutschen gewesen, sagte die 48-Jährigen nach dem Ende von Promibich Brot her. Tatsächlich gab es in der Sendung eine Szene, in der beide zusammen auf der Toilette verschwanden. Zu Sex soll es dort aber nicht gekommen sein. Fraglich ist auch, warum Sat.1 diese Szene nicht hätte ausstrahlen sollen, wo doch das Format gerade auf intime Momente zwischen den Promis aus ist. Sere Knappig jedenfalls zog vor Gericht. Wie Bild jetzt berichtet, hat das Landgericht Köln ein Urteil getroffen, zu Gusten von Knappig. Wenn Kern ihre Behauptung noch einmal wiederhole, will sie sie laut Beschluss bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld zahlen oder bis zu sechs Monate in Ordnung schäuft. Sere Kern will sich mit dem Urteil nicht abfinden. Quelle, Imago Kerns Manager sagte gegenüber der Zeitung, Frau Kern hat heute dieses Schreiben vom Landgericht Köln erhalten, gegen dieses legen wir Einspruch ein. Einer weiteren Auseinandersetzung sehen wir gelassen entgegen, da wir das als haltlos erachten. Das letzte Worte ist in dem Zickenkrieg wohl noch längst nicht gesprochen. Das letzte Worte ist in dem Zickenkrieg von Köln.